Der Sankt-Feiter-Wiesenmarkt hat ein riesengroßes Problem, wie wir es gern bezeichnen. Es gibt heuer eine neue Verordnung und die besagt, dass das Personal auf ein eigenes WC gehen muss. Ich schlüpfe heute in die Rolle des Klontrolleurs am Sankt-Feiter-Wiesenmarkt und werde schauen, dass das Personal raschest hier beim Personal-WC ist und dann auch gleich wieder zurück ist im Zelt, damit er ja keine Zeit verloren geht, die Menschen ordentlich was trinken, damit sie wiederum hierher kommen können. Auf die Toilette, den Weibtopf, den Porzellan-Dampfer, die Dixi-Pixen, welchen Begriff es auch immer gibt dafür. Ich wünsche uns allen alles Gute. Gehen wir es an! Bitte links reingehen, links ist das Personal-WC. Guten Abend, was geht die Dame? Schauen Sie sich. Danke. Das ist der Rutschein, das ist Ihr Freifahrtschein für die Toilette. Ich bin übrigens der Klontrolleur hier. Darf ich Ihnen auch was geben? Einen Gutschein? Kommen wir es gratis rein. Achso, danke. Wie groß ist denn die Notdurch? Geht schon ein bisschen, oder? Jo, Jo, Logo. Ja, dann würde ich sagen, Admin. Jo, Logo. Kabine 2 ist für Sie reserviert. Ich bin der Klontrolleur und er ist der, der die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Winnie, du bist der Betreiber der gesamten Toilettenanlagen am Sankt-Feiter-Wiesenmarkt. Es ist ein verantwortungsvoller Job. Ich würde einfach sagen, es ist einfach wirklich hart ausgedrückt ein Scheißjob. Jetzt schaust du vor Bier trinken und komm mal her. Das ist uns die Liebste, komm schon. Jawohl, zuerst auffüllen und dann loswerden. Also die Leute kriegen eine super saubere Anlage zur Verfügung. Anlagen sind die Lok 14 Stück, die wir hier haben. Und die werden auch jetzt entsprechend kontrolliert, also mit gutem Personal. Es wird also ständig sauber gemacht. So dass die Leute auch auf eine saubere, vernünftige Torete gehen können, bis sie es teilweise auch zu Hause selber vorführen. Hört ihr Leute ungelogen, ihr werdet von mir zum Klo gezogen. Meine Frage, flagt jemand die Notdurft? Ganz dringend. Ganz dringend. Gehen wir es an? Ja, natürlich. Alles aufsteigen. Extra für die Melanie habe ich den Klo-Express organisiert hier am Sankt-Feiter-Wiesenmarkt. Und jetzt schauen wir, dass wir sie am schnellsten Weg dorthin bringen und auch wieder zurück. Und das ist er. Das Toiletten-Bike 2015. Los, los! So! Melanie, raus! Melanie, wir sind da. Schnell die Notdurft verrichten. Danke, das war perfekt. Die haben reserviert für die Melanie. Ja, pass auf den Weg. Hallo! Darf ich gleich einbreiten? Hier musst du zeigen. Wunderbar. Hier musst du dir die Karte zeigen, bitte. Karte zeigen. So funktioniert das. Ohne ID geht gar nichts. Melanie. Danke. Alles, alles Gute. Dankeschön. Das war ein Traum. Lass laufen. Danke. Antennen.